Ein Händedruck, von dem sich wohl beide eine Stärkung ihrer Positionen versprechen, der türkische wie der russische Präsident. Wladimir Putin, weil er mit einem NATO-Mitglied im Gespräch bleibt und weil er die Gelegenheit nutzen kann, der EU Gasgeschäfte anzubieten, über die Türkei. Denn die dortige Pipeline TurkStream ist noch intakt, anders als Nord Stream 1 und 2. Putin schlägt den Bau einer weiteren Pipeline vor, mit der die Türkei zum neuen Knotenpunkt für Lieferungen auch nach Europa werden könnte. Die Preise will er abkoppeln vom derzeit hohen Marktniveau, sagt er. Günstiges Gas aus Russland käme auch Erdogan und der kriselnden türkischen Wirtschaft gelegen. Und er selbst kann sich heute bestätigt fühlen als wichtige Figur dafür, dass es überhaupt noch Beziehungen gibt zwischen Russland und dem Westen. Günstiges Gas aus 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 Russland und dem Westen.